Einen schönen guten Abend. Mein liebes Dreigestirn, werter Herr Oberbürgermeister, verehrte Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen heute alle ein bisschen stolz sein. Nein, ich korrigiere mich, wir dürfen mal so richtig stolz sein. Wir dürfen stolz sein auf unsere neuen Prinzen Ralf III., der zum einen, wie ich finde, der schmuckste Prinz ist seit Erfindung des Fahrtfernsehens und der, wenn er solche großartigen Reden wie eben hält, das ohne Honorar tut, denn schließlich sind wir hier im Gürzenich in Köln und nicht bei den Stadtwerken in Bochum. Wir dürfen stolz sein auf unseren Bauern Dirk, der wirklich das Abbild ist des Staatssebuhr, ein ganzer Kerl, ein Bär von einem Mann, ein Sportler, durch und durch. Und ich möchte Ihnen etwas über unseren sportlichen Bauern verraten. Unser Bauer Dirk hat die Tour de France genauso oft gewonnen wie Lance Armstrong. Wir dürfen mit Fug und Recht stolz sein auf unsere Jungfrau Katharina, weil sie kein Tattoo hat und keine überflüssigen Bücher schreibt. Und da habe ich übrigens eine Frage, sind Sie nicht auch der Ansicht, unsere Jungfrau Katharina, die ist sowas von lieblich, herrlich. Ja, wir dürfen stolz sein, denn wir haben mit unserem Prinzenkarneval einen Regenten, wie es ihn auf der ganzen Welt nicht noch ein zweites Mal gibt. Seine Einzigartigkeit verdankt er zwei Merkmalen. Erstens, unser Prinzkarneval ist ein waschechter Demokrat. Er ist eben kein Despot, wie manche Ewiggestrigen im Nahen Osten, wie dieser Kung-Fu-Panda in Nordkorea oder wie Sepp Blatter bei der FIFA. Unser Prinzkarneval ist ein Demokrat, das heißt, seine Amtszeit ist endlich. Das unterscheidet ihn schon mal grundlegend von Lisbeth aus England oder von Angela aus der Uckermark. Und wenn er einmal abgetreten ist, dann kommt er auch nicht mehr zurück. Nicht so wie Berlusconi, der eigentlich vier Jahre in den Knast sollte, eine Endlosschleife auf dem Jakobsweg laufen oder sich auf die Körperwelt eine Ausstellung vorbereiten könnte. Zum Zeichen seiner Macht genügt unserem Prinzen Ralf seine Pritsche. Er braucht keinen unterirdischen Bahnhof, keine protzige Elbphilharmonie und schon gar nicht einen Flughafen, dessen Einweihung er wahrscheinlich auch nicht mehr erleben würde. Unserem Prinzen Ralf genügt seine Pritsche und seine roten Schuhe. Die sind schon etwas Besonderes, die trägt außer ihm nur noch der Papst. Das zweite Merkmal, das unseren Regenten einzigartig macht, ist der Prinzkarneval. Es heißt übrigens der Prinzkarneval, nicht das Prinzkarneval, liebe Familienministerin Schröder. Der Prinzkarneval regiert ein Narrenvolk. Ja, und hier möchte ich den elften Leitsatz des Festkomitee Kölner Karneval mit großem Ernst zitieren. Dieser elfte Leitsatz lautet, der Kölner Karneval hat Humor und Leichtigkeit. Damit wir das auch mal gesagt haben. Ja, das Festkomitee Kölner Karneval hat Leitsätze, eine Art Konzept, liebe Mitglieder der Piratenpartei. Ein KW-Konzept macht oftmals den Unterschied aus zwischen Entern und Kentern. Der Kölner Karneval hat also Humor und Leichtigkeit. Nun gibt es aber Leute in München und Meißen, in Hamburg und Haselünne, die teilen diese Ansicht nicht. Ja, es gibt sogar in Köln Menschen, die über die tollen Tage lieber nach Mallorca jetten. Das sei ihnen gegönnt, wir sind ja tolerant. Aber, da wird immer wieder ins Feld geführt, im Fastelorven würde die Fröhlichkeit verordnet und deswegen sei er abzulehnen. Moment mal. Diese Fröhlichkeit, die haben wir aber bitter nötig. Die Universität Michigan gibt jedes Jahr einen sogenannten World Value Survey heraus. Das ist eine Studie, in der weltweit die Fröhlichkeit der einzelnen Nationen gemessen wird. Unsere karavanziehenden Nachbarn in den Niederlanden, die sind da regelmäßig in den Top Ten. Unsere Nachbarn im Norden, die Skandinavier, mit allen vier Ländern in den Top Sechs. Und selbst die Nachbarn im Osten, die Polen, belegen Platz 11, seien Sie ehrlich, ist eine jäcke Platzierung. Was schätzen Sie denn mal so, wo tummeln sich denn wohl die Deutschen? Wir sind hinter Rwanda und Nigeria auf Platz 47. Hallo, wir Deutsche, warum? Hören Sie mal, uns geht es gut, wirtschaftlich geht es uns besser als den meisten anderen. Sebastian Vettel ist schon wieder Weltmeister. In der Champions League sind alle drei deutschen Vertreter unter den letzten 16. Champions League, oder wie wir in Köln sagen, das Leben der anderen. Madnix, zumindest ein berühmter Sohn der Stadt, ist unter den letzten 16 dabei. Prinz Poldi, er vertritt Köln in der Champions League. Und es ist ihm damals wirklich schwer gefallen, den FC zu verlassen. Er spielt jetzt bei Arsenal, das heißt, er hat sich gegen Elmex entschieden. Aber reden wir nicht nur vom Sport. Der Weltuntergang hat am 21. Dezember letzten Jahres doch nicht stattgefunden. Er wurde verschoben, er kommt später, viel später, viel, viel später. Aber wahrscheinlich noch vor dem Flughafen Berlin-Brandenburg. Und natürlich dürfen wir auch in dieser Stunde jenen nicht vergessen, denen es nicht so gut geht. Die FDP. Die im Saarland 1,2 Prozent der Stimmen erhielt und somit weniger Stimmen als ungültig waren. Oder denken wir an die Frankfurter Rundschau, sie wurde eingestellt, habe ich gelesen, online. Oder die Töchter von Peer Steinbrück, die noch bis zum Jahr 2042 das Honorar für die Gute-Nacht-Geschichten abstottern müssen. Aber sonst, aber sonst geht es uns prächtig. Wir müssten alle rumlaufen wie Lothar Matthäus im Mädcheninternat. So viel zum Thema Fröhlichkeit und jetzt zum Thema verordnet. Zunächst mal wird nicht etwa am 11.11. für die nächsten Wochen Fröhlichkeit verordnet. Im Gegenteil, es wird vielmehr am Aschermittwoch verordnet, diese Fröhlichkeit bis zum darauffolgenden 11.11. einzustellen. Wobei diese Verordnung in Köln ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Es gibt kein Frühlings-, kein Sommer- und kein Herbstfest. Kein Polterabend, kein FC-Spiel- und keine Sparkästchen-Auszahlung. Bei der nicht mindestens einmal Viva Colonia angestimmt wurde. Wenn in Köln im Oktober die Bundeswehr ein öffentliches Gelöbnis abhalten würde, würde spätestens beim Lockruf der Schnarrtrommel irgendwer aus dem Publikum fröhlich einwerfen. Denn wenn... Er trömmel schieb, der Stamm hat verraten, und man trömmel durch die Stadt, und jeder hätte gesagt, Köln im Oktober die Bundeswehr einwerfen. Haben Sie sie gespürt? Die verordnete Fröhlichkeit? Verordnete Fröhlichkeit, das klingt so pessimistisch. Aber mir tun diese Pessimisten leid. Die erwachen jeden Morgen mit dem Morgengrauen. Dann können die 24 Stunden in den schillerndsten Farben schwarz malen. Ich bin Optimist. Bei mir ist das Glas immer halb voll. Denn ich bin sicher, auch aus einem Weizenkorn wird irgendwann ein Glas Bier. Die Pessimisten sagen, oh, alle Frauen gehen fremd. Ich bin Optimist. Ich sage, hoffentlich. Ich bin Optimist. Ich häng mich erst auf, wenn alle Stricke reißen. Der berühmte Philosoph und Aufklärer Voltaire. Der berühmte Philosoph und Aufklärer Voltaire. Der kann uns da ein Vorbild sein. Denn dieser Voltaire, der hat gesagt, da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Wenn Sie mich fragen, der Mann hatte recht. Denn dass es der Gesundheit förderlich ist, das steht fest. Optimistische Menschen sind gesünder, fröhliche Menschen leben länger. Wenn ein Mensch lacht, das ist so gesund, 20 Sekunden laut lachen, ist die gleiche körperliche Anstrengung wie drei Minuten stark rudern. Und das bedeutet, nach einer ordentlichen Kölner Karnevalssitzung sind Sie kalorientechnisch mit dem Deutschlandachter von Köln nach Duisburg gebrettert. Und das ist allemal gesünder als mit der Boeing nach Mallorca. Also, selbst wenn diese Fröhlichkeit verordnet wäre, ja und, wenn ich eine fiese Mandelentzündung habe, dann bekomme ich vom Arzt ein Medikament und danach geht es mir besser. Dieses Medikament, das hatte er mir verordnet, weil es der Gesundheit zuträglich ist. Das Medikament hat er mir verordnet und es wirkt trotzdem. Der Karneval, der ist so ein wirksames Medikament. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Karneval nicht nur in der Lage ist, psychosomatische Erkrankungen zu lindern. Nein, er ist in der Lage, sie zu heilen. Und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Wenn ein Medikament derart wirksam ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sollte es dieses Medikament auf Krankenschein geben. Das sollte unser Regierungschef Prinz Ralf III. ganz oben auf seine Agenda 2013 setzen. Und ich bin sicher, er wird das tun. Und darauf erheben wir jetzt unser Glas. Da sind die anwesenden Männer aus zwei Gründen neidisch. Eins, zwei. Mein Glas Kölsch. Übrigens, Kölsch ist ein Lebenswasser. Es enthält die lebenswichtigen Vitamine B1, B2, B6 und C. Kölsch verschönert die Haut von innen. Es stärkt das Bindegewebe und es bremst die Faltenbildung. Kölsch hilft gegen Gicht bei Nierenproblemen und Verdauungsbeschwerden. Das wollte ich noch hinzufügen. Auch Kölsch sollte es auf Krankenschein geben. In diesem Sinne wünsche ich unserem neuen fantastischen Dreigestirn eine wunderbare Session. Jungs, denkt daran, genießt jede Sekunde. Diese Session ist so unglaublich kurz. Und Ihnen möchte ich zwei Dinge mit auf den Weg geben. Erstens, der Kölner Karneval hat Humor und Leichtigkeit. Und zweitens, Prost. Tatsächlich ist Bernd Stelter der Einzige, der hier im Saal ein Kölsch trinken darf. Ansonsten wird hier nur Wein oder Champagner gereicht. Und ich kann Ihnen mal die Weinempfehlung des Hauses vorlesen. Brunello, die Montalcino, 2006er für 59 Euro die Flasche. Oder Champagner, die Flasche für 249 Euro. Also da hat es Bernd Stelter auf der Bühne sein kostenloses Kölsch. Schon besser als die Menschen hier im Saal. Rufen wir aus, ob wir, dein Reifers, Köln! Sie tragen in ihren Kostümen die Farben der Stadt Köln.